Oh Freunde und heute ist wieder mal Slime Ranger am Start. Der Herr Loventhaler hat ja schon mal gespielt Slime Ranger, aber heute bauen wir mal eine neue Map. Wie werden wir sie nennen? Natürlich Loventhaler Army und Abenteuer. Und jetzt, danke für alle Zuschauer. Ich hoffe, das Film gefällt euch und teilten gern mit euren Freunden und los gerne ein Like da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, natürlich ein Abo, wäre auch nett. Ich bin auf dem Mars, oder was der Verkauf ist. Zack, zack, zack. Oh la, die kleine Grundform kann ja... Äh, das ist ein Slime Ranger, da geht's über so ein Slime Monster, den musst du einfangen. Das Spiel ist halt, wenn ich... Das hört sich halt scheiße an. Du musst in der Städte da, nur glaube ich auf Englisch, in Blord von der Einsamen. Das heißt, das ist ein Spiel, wo es so an Slimes gibt. Und das ist bei uns Kristalle und das ist scheiße von Slimes. Es hört sich echt eklig an, aber ich spür's selber, ist eigentlich nicht scheiße. Als ob... Hey, Christian, liebe ich sein PC, ist da. Dann kannst du mal spülen. Oh, Karotten. Aber ist mir egal. Brauch ich nicht. Aber wenn ich schon ein Spiel spüle, wird's nicht so sein, dass ich da einfach nur bei der Farm rumgehe. Leute, jetzt können wir mal was erkunden. Hey, ich hab gedacht, du bist in der Steiermark, Daniel. Sehr aus Daniel, Gartner, sehr aus Lippi, obwohl ich dich schon gegrüßt hab. Weil ich euch hier wundert, wo es das gerade vor Geräusch war. Die essen die Hühner. Der ist Slimes. Hühner und Obst. Hey, Blippi, ist das dein Freund? Jetzt geh ich zu Blippi, sein Freund. Yay. Hallo, Blippi, sein Freund. Blippi, ich hab gar nicht gewusst, dass sein Freund ins Spiel dabei ist. Das hab ich gerade gesagt, aber ich sag's auch nochmal. Das ist ein Spiel, das gibt's für PS4. Ich weiß nicht, ob's für PC auch gibt. Gibt's auch, es ist ein PC und PS4-Spiel. Und da muss... Ich sag mal eine Kurzfassung über das Spiel. Du musst die Scheiße von den Slimes einsammeln. Und verschiedene Slime-Arten finden. Und die Map hat der Kunden. Und da, das sind die ganzen Maps, was es gibt. Und wo ist er, kann ich auch nicht eine hupfen? Hä? Hm. Was ist denn das da? Hm. Ich bin grad da, wenn wir da haben. Hm. Ich hab' noch nicht vor. Und weil ich grad änderne nicht zu gut bin, ich sag' euch, was passiert, wenn ich da einhupf ins Wasser. Bubi ist K.O. gegangen, aber ein... Nein, das spart man wieder da. Hab' ich auch Flau geschalten. Ah, da muss ich ja drinnen zu. Ich mach' da jetzt erst eine halbe Stunde oder eine Stunde streamen. Und nachher will ich vielleicht mit dem Blippi schwören. Aber Daniel auch fragt, wieso die bitte mit dem Blippi-Fortnite spüren, wenn der Off-Sieh in Fuß gebrochen hat und die Hand. Aber, was hast du jetzt echt gemacht, Lippi? Wie kann sich ein Mensch, wegen, weiß nicht was, in Fuß und die Hand brechen? Musst du in Lippi selber fragen? Ich hab's bis jetzt noch mal da rausgefunden. Ja, als ob der Off-Sieh die Hand gebrochen hat. Danke für drei Zuschauer. Und vergiss... Vergesst nicht zu abonnieren, wenn's noch nicht abonniert habt. Hey, Küken! Wie läuft's da? Ihr seid eine kleine Familie. Wie ist das? Oder, was ist das? Du, Japan. Japan, 이거 Schleim. Komm her! Komm jetzt her! Nah. Was war das? Oh, kleiner, scheiß... Finca Slime! Ja... das war sie ja ganz seltener es gibt halt verschiedene Orte auch von den Slimes so ein Slime, so ein Pinkel Slime so ein Slime so ein Slime ernsthaft wirst du mir zweis machen dass der Traktor übergekippt ist und auf der Hand und auf dem Fuß aufgefahren ist erklär mir bitte wie man das schafft na, ich will nur rein wissen wie er das schafft wirst du schon Slime Mieti, bye, bye hey die ist auch nur da ob man es ins Wasser schmetzt hier drei Zuschauer Leute, ich hab auch schon mal gesagt ihr kennt auch gern so wie der Daniel einschreiben was sie von den Spielen spüren soll weil ihm ob und zu einfach gar nicht streamt und der Basel ob und zu hat so kann ich wenigstens was frisst denn das Fisch frisst einfach irgendwas was was ach Nahrung Fleisch Fleisch oder bist du die Dome, Alter oder müsste die Fleisch ausblenden und Schokolade hinschreiben Putin Schleim, lass mich in Ruhe da hab's was zum Essen die 3 3 live 3 3 3 3 3 3 als ob Libidu bis 11 sucht die sucht die wurscht ob es sich die vor es bricht ob es sich die hohen fliegt der er hat der spürt einfach und schreibt sie hat mir gedacht Dormel Dorf der Schokolade bei bei Madrosen der dritte Tag hallo ich wünschen du da reißen wenn ich kommen darf jedoch eine da muss ich ein wenig in Frauen Amol Möchtens ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wer schaut mir jetzt eigentlich zu? Floort! Hermin Floort! Yes! Mal schauen, was ich geben muss. Ich bin so blöd, dass ich da aufgekriegt. Ich muss das nicht wegnehmen. Ich muss das geben. Leicht, leicht, wo ich gucke. Zwei, vier schwarze. Echt jetzt? Vier schwarze Hähn? Wenn ich schon ein verdammtes Huhn kriege, mag ich auch nochmals. Wie viel? Neun? Neun so eine, sieben so eine. Papadadadab. Oh da, wie langsam geht denn der? Ja, Gockelhornen ist mal keiner. Gockelhorn ist wichtig. Uh, Lord. Lord ist auch sehr wichtig. Na, was meinst du jetzt so wie du? Der sehe ja Gockelhorn war. Wie weiß denn, wo du grad meinst du aus? Mit Kapper. Scheiße. Was mach ich denn? Ich brauch dich ja. Jawohl. Ajo, was sieht denn aus? Du kleiner Putin. Schleim da. Doda, hallo. Sie brauch jetzt. Mieti. Ah, Mieti. Mietis. Yes. Noch ein Mieti. Mieti. Nein. Nein. Na. Hm. Eigentlich hab ich heut schon mehr als Dienst gemacht in Herrn Lofentola. aber die sind leider nicht angekommen. Machen die alle das Selbstmord oder was? Ich habe auch nichts besseres mehr vor. Warum, Hobi, war dein scheiß Slimes? Aber wenigstens grogi herzumal für Kohle und dann kann ich mir mal was kaufen. Ja, so. Meinst du längst? Nö! Maa, ernsthaft? Yes! Na, klar, na. Komm. Ah, der! Wenn ihn pinken das gibt, wird das so an. Das ist ein wenig scheiße, muss ich mal sagen. Von den Schulkollegen habe ich, glaube ich, eigentlich eh nicht mehr Ruhe. Und heute habe ich die ganze Zeit Schulkollegen auf dem Holz. Nö! Na, wir werden den Stream beenden, ja. Daniel, wenn du nachher noch mal zuschaust oder liebe, ich werde jetzt den Stream 10 Stunden machen. Leute, ich kann euch das Spiel nur weiter empfehlen. Weil, wenn man gerade nicht weiß, was wir spielen, ist das Spiel ein guter Zeitvertrag. Kann man das Spiel eigentlich mit Freunden spielen? Hühnerstall. Yes! Ein Gokkelhahn. Ah, jetzt weiß ich, was er wieder mit gemahnt hat. Vitamin... Das hier Gokkelhahn war. Das hat das hier gemahnt. Da kann ich auch leider noch nicht um die Leute. Das muss ich aufkarten. Fölzenslimes. Drei Fölzenslimes brauche. Da, ba, 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 da, 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 da. Ich nehme mal von überall mit. Jetzt kommt mein Skin. It's a warning man. Ah, Mumu. Sag. Grand��, das ist schon mal an. Cool, echt cool. Vi kommt in die Tränslöme. Eeeh! Ja. Risiko. Ah, da sind die. Da war ich schon noch mal. Da sind die Hühner, ja. Da gehts noch weiter. Ah, da sind die Hühner, ja. Mietzies. Ernsthoff, gibt's da jetzt überhaupt noch irgendeine Slimes? Und deine anderen, außer die Bänken und die Klanapetten, Stachligen. Ich trage da noch durch, sodass das jetzt so richtig gut cash kommt. Da war ich auch schon noch mal drin. Gefahr. Da brauche ich auch so einen Schlüssel. Leute, wenn's hier so eine braune Kiste seht, schreibt's in die Kommentare. Hallo. Da hat man fast abfrisen. Ich rühre in der Ohrne jetzt doch, wozu hoch. Bartenschleim, du. Ich glaube, da ist die... Ich glaube, da ist die... ... ... ... ... ... ... ... ... Wo war ich eigentlich noch hin? Geil! Wo komme ich denn da hin? Irgendwie raus erkennen muss, ja. Ah, da komme ich auch raus. Ja, müssen wir. Weil du nicht da warst. Weil du und der Gabriel nicht da warst beim Geschichte-Test, müssen wir zwei Seiten schreiben, was? Ich weiß, du bist allein. Alter, du bist in Mario 1. Das sag mir der Richtige. Was tust du bitte? Tut du Schuelschwenzen oder was? Oder was für einen Gipshosten eigentlich? Gipshosten, mit denen du auftreten kannst, oder? Okay. Ah. Okay. Okay. wenn ihr kehrt ja es sich ja war ist da man kann geschehen zum Moppen, Libby, deswegen weil der Daniel hat halt schon wieder wenn neigen zu du wirst gar nicht wissen wenn besser gesagt zum Raffen beim Moppen ist eigentlich was anderes wie Raffen als ob warum krieg ich da jetzt weniger auch für meinen Preis und stimmt es echt dass du meinen Traktor das gemacht hast und äh Libby ich sag dir das gleich wegen den wenn du in der Montag da haben wir ganz normal da haben wir 6 Stunden das heißt ich kann trotzdem nicht filmen hu Miezi 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 Kampf dem Preis Miezi 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 M Ah ja, am Montag musst du, na, am Montag musst du, ne, 5. Jetzt, 5, äh, brauche ich. Vorauf, oder? Passt, wenn ich einen Stream beendet, dann will ich Fortnite kommen vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob ich einen Stream mache, aber wenn ich wieder einen Stream mache, macht ja der da hinter mir. Zwar. Jetzt brauche ich noch 3. Du darfst nicht, Fortnite. Ich habe gedacht, du darfst. Ich darf gerade an Gruppen kuscheln, oder was? Du darfst von Ort raus nicht spüren. Nein, du kannst nicht spüren. So hast du jetzt gefallen. Da, jetzt hat der Go-Klamour was zu tun. Ernsthaft, sie kann immer noch kein Wasser nehmen. Ah ja, Leute, oder liebe ich, oder halt alle Abonnenten, wenn, wer in Monopoly streamen angeschaut hat, oder schreibt mal in die Kommentare, ob ich nochmal mit Herrn Lofenthal oder sowas machen, so Monopoly oder so. Weil, weil, was hat man sonst noch verspüren, weil sonst zeige ich euch nochmal, was wir für eine Spiele haben. Da haben wir eh mal ein Video gemacht. Da haben wir eh mal ein Video gemacht. Ah, kommen wir jetzt auch wieder oben. Der Moderator, der, ja, Christian, du bist ab den heutigen Tage näher mit Herrn Lofenthaler, du bist jetzt Moderator 1. Weil ich mich verredet hab, weil ich mich verredet hab, weil ich mich verredet hab, da ein Lofenthaler wird jetzt noch ein Ding machen, vielleicht irgendwann einmal. Du wärst jetzt hier vielleicht einmal ein Arctream machen, wie ich kann. Alles, ob. Hallo. Nö. Äh. 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 das war es genau und da kommt jetzt noch mal Schämpf und Essneine deswegen Leute ich gebe euch einen Tipp wenn ihr den Spur mal kauft kauft euch eher sowas wie ich mir hätte so sowas so ein Blotsammler da ist es immer viel besser braucht es nur Essen reinschmeißen und dann auch rausholen im Blot da ist er da ist er ich kann mir doch was können klar wie heute nach unten im netter werden daher ist es so ein Gehege fünf Wunder klar mit einem Moll denn mehr und wie er zu dem Mann in der Ecke holen was man es jetzt muss sogar wohl spürt ich weiß nicht ob der gar nicht gut aber ich weiß nicht was er spürt was du jetzt meinst mit der gabrielle spürt spürt der gabrielle ich kann dann dann schockt mir das gleich die proburen ein von den die ganze Zeit da kriege ich die schlimme Antwort von Herrn Lofdorat dass ich jetzt zweimal voll spurt hab danke für drei Zuschauer ja der sagt Lippe und mit den Christen um einst du was brauchst weil ich die Welt sie ja länger nicht deine Nachrichten anschauen wenn ich das wie man weiter spürt Christian wird nicht spuren aber die Losten hat Prozent Prozent so ist jetzt er hat den ganzen Tag spürt was ist der Nahrung alles es erinnert mich an die Dome ist ja er ist als ist wie ein Vetter wird schief gemeint aber er aber eigentlich ist es so unrealistisch der muss so viel essen bis er platzt und dann kriege ich von dem was ich habe 39 Nachrichten aber Abonnenten Leute bitte teilt die Streams und 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 oder wenn sie euch nicht gefallen hat oder dies ist mir eigentlich egal Hauptsache Hauptsache ich habe Zuschauer nette Kommentare und und nach oben wird mich freuen ernsthaft wie viel ist du ich glaube Leute, schreibt mal kurz Fitnessstudio auf für den Slime, oder? Ich glaube, den Slime muss bei Fitnessstudio umwählen. Ernsthaft? In einer Gurten truchen. Finde ich so einen Kass. Ich wollte aufgaben, Mann. Wenn das Herz nicht reicht für den, weiß ja einer, was sie denn helfen kann. Ist der nicht irgendwo eingegangen? Oder ist der irgendwo anders? Bist du mich verarschen? Jetzt ist doch... Na, jetzt reicht's mir, weil... Wie viel ist bitte so ein Slime? Das ist eine schöne Aussicht. So, Anime ist es auf der Welt auch Home Video. Jeden Tag. Okay. Nur die Slimes facken, aber wenn ich ihn noch hab. Wenn er mir wegflögt, flögt er mir auch weg. Du bist ja, jetzt schlafen. Bist du nicht? Oh, nee, ich hab' das. die Arbeit, was man haben kann. Du hast dein eigenes Haus, bist zöllen allein, es fängt wieder traurig, und musst da rumlaufen, und scheiße von Aliens aufsammeln. Na? Da kann ich nur sagen, wer hat das Spiel erfunden? Es ist Freidruck. Da ist mit dem Geld, das Geld ist hoch oben. Auch da 20 Minuten, ernsthaft, vier Ding, da muss sie 9, da ist, da von der Paul Nummer 3, da sind genau 4, jetzt, Ernsthoff, ein 4. Ich möchte, und 3, den Brauherz noch. Warum packt das immer? Leute, sechst du, Lippi, schaust du mir zu, oder der, was mir zuschaut, siehst du das auch, dass bei den Wänden immer irgend so ein Fortis, wie da vorne jetzt, das Brinke. Ich brauch nur noch mehr zwei. war zwar normale der ist ja klar Da ist ja nicht schier gesagt, der ist auch gleich mal am Popo gelegt. Musst du ihn anrufen und ihn selber fragen? Ich weiß nicht, was der kann und was nicht. Wie war es das nicht? Musst er leider anrufen. Anruf geht raus. Hä? Aber die Spornenbein hat oft den Drecksbaum da oben. Ich glaube, ich habe von den Pinken Slimes zu tun. Ahn. War zu wenig Korn in Atom. Glaube hat. Aber Glauben heißt, so viel nicht wissen. Und der Lovendoller geht. Kissen? Kappa? Ernsthaft? Ich hab... Ich hab nichts geschocktes Wort. Schaut. Schaut. Es sind genau. Auskommen. Yes. Cash. Baudert. Fang nicht. Schwett. Du kurfland. Wust du? Du kurfland. Bleibst du drinnen in der Gehege? Wust du willst du? Kanera-Vassena. Wust du bist? da ist ein gruppen und denk hast du du hast du zählst du mächtig ich muss ihn rein nur mal schauen dass sie ein bauch dass die donau habe nie was eine tun kann von nahrung christian hast du was sagt als ob anna dreist beim anfang gibt mir das zähne geht es aber auf vier euro ich finde das ist für mir obfug bei der ist echt am besten wenn man platz von dort ich brauche denn der eine rote steckrübe über ich bin in der nordmöglichkeiten ist der plot ist er nur anfangs dort mit um das ist auch der Karpotten Wo kann ich seine Herzgrüben hier oder was ist es? Ich hielt euch das runter. Du hast noch nicht genutzt. Ich hab dich zu hören. Ich kann dich nicht genutzt. Ich hab dich die Augen auf der anderen Seite ausgerüben. Nein, du kannst dich zurücknehmen. und und war ein hobby noch der war eigentlich wenn ich zu wo fiel die der herz rüben ich bin christian wo hast du die eigentlich von die herz rüben der kommen jetzt nicht weiß man dass der eingepennt ist ich sehe da nur überall karotten karotten schon gesund aber 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 die batterie ist leute muss kurz was machen und den anderen kontrolle anschließen ich bin wieder da ob ich jetzt überhaupt auf laut oder wo wo sind die herzkaroten Ich mag ja nur den verdammten Herzgrafel, das Herzgemüse oder was das ist, krieg ich wieder Knete Was willst du nachher? Du reagierst nachher auf unsere Videos Wenn in den PC Wenn ich den PC eingerichtet habe Hey Lippi, bist du überhaupt von der Klasse rausgekommen? Oder hat sich die entschlagen müssen? Der wuckelt schon Yes. Danke, Herr Toll, wenigstens mal A her, zu rübe. Scheiße, ey. Das ist echt kacke, dass ich das ver... Ja, fast. Ich hab jetzt einen Schlüssel. Ich will aber warten, bis ich mehrere Schlüssel hab. Kommt drauf an, ob einer auch eine schreibt in die Kommentare, dass ich... Ding. Das ich aufmachen soll. Ach so, da brauch ich auch nur überhaupt eins. Ich bin gescheit. Ist der mal da... ...den man mehr zum Esseninnen haben. Und warum aber wie so viel Binkert Blorz? Jetzt reicht's mir. Mal schauen. Spielmeer. Bla 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 bla. Ich freu mich. Auf irgendwas, was in der Glissnop. wie geht's auf mich. Ich bin doch mal schreibt. Die Leute. Die Leute. Ich war mir nur die Leute. Die Leute. Ich war mir nicht so, was nach mir. Ich war mit ihnen. Die Leute. Eclat in die Zeit. Die Leute. Ich war mit denen. Dass ihre Leute ausgleichen. Ja, die Leute ausgleichen. Das ist ja schon ein Mastenbetriter. Das ist ja schon ein Mastenbetriter, das ist ja schon ein Mastenbetriter, das ist ja schon ein Mastenbetriter. Das ist ja schon ein Mastenbetriter. die Kündigte überhaupt die Wart so machen dann kennt ihr vielleicht noch einen zweiten Schlüssel bekommen m wenn ihr blöd auch da jetzt schreien aber das fackt den Zierer der Oberwende höhere Wände und bei dir muss ich glaube ich das eine tun na 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 wensch nie zack na bin nett weil der Christian pennt und ich mach grad nicht schlimm aber schick mir ein Foto Kappa ich weiß ich das nicht geschickt hast aber während man stream geht man nie weg jetzt wird es in der Fall zum Segen geben jetzt wieder umgehen zu den Ohren an ganz letzten drüben und da wird der Stream beendet Leute und danke für die 38 Nachrichten und immer zwei stabile Zuschauer an Hauptsache ich krieg mir nochmal Abos wenn ich mehr teilt den Stream einfach mit euren Freunden oder Bekannten ich weiß dass du es geschickt hast ich kann es mir nicht anschauen weil ich gerade ans Team mache schon mal das ... ... Du bist geschockt! Reichen drei. Wie viel kann der essen bitte Gorscher? Aber echt jetzt! So viel Hühner kann ja nicht mal gescheit ein ganzes Ding essen. Ganzes Schleim am Meer. Weg! Ich brauche Hühner. Reicht das nicht, wenn ich so anders essen habe? Das fackt mich jetzt irgendwie ab. Wenn hätt's das nicht reicht. Ja, die 50 Nachrichten habe ich erreicht. Aber ich weiß noch mal was unser Rekord ist. Haben wir glaube ich auch schon bei den 80 kam oder so. Langsam denke ich echt, wie viel kann so ein Slime essen? Leute, wenn ihr euch wundert, was man mit der Kapsel onstehen kann. Die weiß es nicht. Und das wird. So die Lomigen. Oder? eigentlich hier rüber gehen und das wird jetzt das große event sein jetzt machen wir es eins und eins dort auf und können wir noch eins und eins da 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 oh nun aber ist schon der labers bleiben jetzt habe ich einen Wasserslime jetzt habe ich einen Wasserslime und jetzt können wir mal weiter noch ich stehe egal wenn man wenn ich liebe es haben paar Minuten aber ich ich glaube das wird schon mal wieder passen es gibt viel zu erkunden aber ich hab halt keinen Bock mehr leider ich wir nehmen einen Weg jetzt noch da wird beendet in die Dornbräufe Lofenthaler Mark nach Hause Telefon Hose telefonieren Herr Wobbini jetzt im Norden weiter einnehmen wollen nur aus ist ja vor Ort der Kunde er ist hohen du willst du mir jetzt war den bitte Dauerscheren ich mag nur nach Hause meiner Wensch komm wieder hoch Hilfe, ich mach nach Hause. Komm, das ist perfekt. Na, es geht, es geht, yes! Jump in one! Yeah! Ernsthaft? Jetzt freu ich mich so, dass da so drüben da ist. Und was ist drinnen? Ein Mist. Ernsthaft? Ich will ja nur wieder zurück... Yes! Leute, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! La 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 la! Ich hab's geschafft! Na 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 na! Bitte voll, ich hätt's nicht ins Wurzer! Das ist richtig blöd! What the hell? Help! Und mal schauen! Der hat's geschafft! Yay! Hm! Wie fluggegen Pfützenmonster! Lippie! Kannst du jetzt spülen? Oder... Wer täten auch spülen? Oder wer schaut mir eigentlich jetzt zu? Besser gesagt! Dann geh mal! Habe ich den einen auf... Ja, den Aufgabfall fertig gemacht! Yay! Ich bin bei meiner Wrench! Oh, lieb! das kann man jetzt irgendwie wenn man das spüren wenn man sie über das spüren gedanken macht dann verletzt auch nicht wie ich spüren so gehe ich nur mal macht euch keine gedanken wenn sie spüren spürt es einfach so wie mir jetzt ab dort zum lagen denn wenn man wenigstens die arbeit auf dem wort zum land damit werde ich jetzt mal nah 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 die frau hinaus wenn ihr das ganze flott weg geschmissen hat leute das war es hier wieder mal mit meinen mit meiner solo slime farm ich werde vielleicht mal weiter spielen und bis zum nächsten mal schau